Dank meines Streams bin ich nämlich, ich bin von oben, also von hier, nur straks zur ersten Lootzeit gelaufen, die war hier, und fand hier meine Knarre wieder. Und was passiert ist, ist, ich habe die irgendwie heruntergezogen und scheinbar wahrscheinlich irgendwie hier in die Lücke geworfen, womit die dann hier lag. Das ist natürlich heftig, meine allerbeste Waffe. So, sehr schön. Dann hören wir jetzt auch mal auf zu starren langsam. Mann, 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 Mann. Dann hacken wir noch ein bisschen Holz hier. Und dann geht es mal zurück zur Base, zum Hotel. Okay. Noch ein paar Pilze. Wenn möglich. Also. Okay. Das war's. Ich könnte selber gerade ein paar Pilze gebrauchen. Aber ich hab noch Nudeln. Das war's. 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 Töntgeräu 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 Ich brauche gar keine Pfeile, aber komm. Da schleicht einer rum, schleicht einer rum, ein Schild nehmen wir mit, den Grill, das machen wir mal hier, da haben wir schon einen, okay, ein Stapel ist nicht, sonst noch was, ein Teppich, da liegt schon einer. Da liegt auch schon einer. Da gibt es noch einen Stapel. Da gibt es noch. Da ist noch ein Teppich, da ist noch einen Teppich. Wie viel brauchten die? Schauen wir mal. 62. 1, 2, 3, 4, 4. Also, 4 mal 20 ist 80. Eck ist da. 6, 5, 4. ,... ... ... ... Vielen Dank. 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 Doch fünf vielleicht? Okay. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Was brauchen wir noch? Wir nehmen Stuff mit. Dann zwei Windows. Bleibt alles. Bleibt alles hier. Die Flaschen nehmen wir mit für die Wüste. Was ist hier? Was ist hier eigentlich dran? Und was ist hier? Und was ist hier? Und was ist hier? Hatchet. 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 100 Watt. 75 Fragments. Spawn war noch schnell eine. No? 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 Okay. 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 Was ist hier? Ina? Ina? Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Was ist hier drin? Ja. Ja. Wir können los. Ja. Haben alles. Ich hab's hier drin, ich bin, ich bin. Entfernen, ich warte. Los. Tja, wir können los. Ich habe hier drin, ich habe hier drin. Oh, ich habe hier drin, ich weiß. No, ich habe hier drin. mal oben lang so überwichtstechnisch gut 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 Keine Tiere oder so. 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 Das war's. 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 Okay. Türen rein, was noch, Schloss, Flaschen, Flaschen, Flaschen. Kommen wir in den Vendor. Small. Und die Kosten, die wollen ja mal nicht so sein. 250 Watt. Bin vor Ort. Wie nennt man das, wenn man, ja, Essen trinken. Da. Oh, ja. Da. Da. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier war kein Schloss drauf, oder? Doch. Ich lasse es mal einfach so hier. Freischalten. Ich lasse es mal, ich lasse es mal, ich lasse es mal, ich lasse es mal. Ich lasse es mal, ich lasse es mal. Ich lasse es mal, ich lasse es mal. Ich lasse es mal, ich lasse es mal, ich lasse es mal. . 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 Soll ich eine bestimmte Höhe erreichen, wie die hier. Apropos Höhe, ich laufe jetzt mal eben noch da rum, aber dann auch direkt weiter nach Hause. Hier rauf wäre schick. Dann direkt noch ein Wolf in den Rassen. Hm. Platz habe ich noch, dann nehme ich den Stein da mit. Komm. Okay. 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 Ich habe halt 10 FPS aktuell. Okay. 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 Gut. Merke ich mir. Äh. Viel Spaß bei Diablo. So. Und mehr zum Streamen. Andermal. Haha. Das ist kein Leck. Das ist halt so. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wobei viel zu looten gibt es hier ja nicht. Wir müssen alles. Ich muss nochmal alles mitbringen. Hm. Hm. Komm. Zurück zur Base. Knitle. Schon mal. Oh. 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 Oh, oh. Haben wir noch Platz? Ja, für ne Tanne immer. Für ne Tanne immer. Krass. Krass. Da ist ein Lamm. Genau, hier bekommen wir Fragmente. Hier auch. Nach Hause. Go, go, go. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Vielen Dank. Einmal rüber zum Supermarkt, das Zeug einschmelzen. Einmal rüber zum Supermarkt. 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 Was ist denn der Baumstumpf? Einmal rüber zum Supermarkt. Steine? Einmal rüber zum Supermarkt. Das reicht für zwei Tage. Einmal rüber zum Supermarkt. Und alle rüber zum Supermarkt. Und alle verdorrt schon fast. Loll. So. So. Ab zum Schrank. Einmal rüber zum Supermarkt. 13 Stunden. So. So. Und heute bauen wir den Bubbler. Ja. Bubbler. Dafür brauchen wir irgendwie 5000. low-grade fuel. low-grade fuel. low-grade fuel. Schöpfer. So. 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 Was ist das? Oh die Double Barrel Shotting Gun hier drin? Nee. Hm. 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 Wir dachten unsere... Die Mütze hat 25 Ich bleib hier manchmal einfach stecken in nichts Ok, kurze Pause Ich geh mal schnell was einkaufen Und... Geil Weil ich kein Holz hab, kann ich mir das nicht leisten Sagte Ich geh mal eben einkaufen Und dann... Geht's weiter Dann geht's mal runter in die Solo Silo Und dann zum BOA Tower Bis gleich Ich geh mal kurz Ich geh mal kurz Ich geh mal kurz Untertitelung des ZDF, 2020